hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video und zwar dient dieses video jetzt dazu feedback zu sammeln wie ich die quest videos in zukunft am besten gestalten werde da ja in zukunft bald sicherlich neue storyquests kommen werden möchte ich auf euer feedback hören und das so gut wie möglich gestalten und deswegen habt ihr jetzt oben rechts bei dem i die möglichkeit an zwei fragen teilzunehmen sozusagen wie es am besten werden soll und zwar einerseits ob ich die quest vorlesen soll oder ob ich die einfach ohne stimme lassen soll und einfach dass ihr euch das selber durchliest oder andersrum dass ich vorlese und dazu rede und dann noch eine zweite frage und ich würde mich freuen wenn er jetzt mal mit abstimmt denn ich möchte wenn dann die storyquests rauskommen das so gut wie möglich für euch machen dann schaut euch jetzt mal dieses kleine video an das ist jetzt ohne stimme sondern einfach nur die quest als eindruck und ich bin mal gespannt wie euch das so gefällt und nachdem ihr das video angeschaut habt würde ich mich freuen wenn ihr auch feedback in den kommentaren dazu da was dann viel spaß mit dieser kleinen quest falls ihr sie noch nicht gespielt habt das ist jetzt kein großer spoiler oder so es ist einfach eine kleine schöne quest und ja viel spaß auf Untertitelung des ZDF, 2020 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 Am I strong enough To take on this world alone Am I brave enough Cause I'm drifting further and further from home And from where I stand It looks kind of high but I'm still jumping in Cause I will try for you And do what you said I could do Though you might never know How much I miss you It's all I do This is for you This is for you When I feel the wind blow I know that you're here with me It's time to let go But I'm holding on to the memories Cause from where I stand Cause from where I stand And do you Though you might never know Though you might never know How much I miss you I always do I always do This is for you 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 Untertitelung des ZDF, 2020